Willkommen zurück, Baldur's Gate 3 geht weiter. Wir haben ein bisschen gehandelt. Der Bader hat gebartert und jetzt geht's weiter hier und hier wird gestritten und ich würde da gerne vorgehen. Jo. Brauchst du nicht mehr meine krassen Würste? Ich würde wahrscheinlich die Tiefling Version nehmen. Die Tiefling hat was genutzt, yay. Ich würde sterben, wenn ich Laroa kennengelernt habe in diesem Ort. Ich werde nie den Schmuck aus meiner Kleine aus. Ich werde sie verbraten. Geh auf, mach mich braun. Dieses Ort ist... Okay. Kinder. Oh, äh... Das ist richtig. Immer aufs Herz zählen. Außer beim Fangspielen, da bitte nicht. Guck mal, hier ist der Magier, hier ist Will. Bull Riten. Ich habe nur mit dem Angriffen, nicht mit Wurz. Ich kann es nicht machen. Ich bin nicht wie du. Umi, ich brauche dich zu sein, wie ich. Du musst nur noch Zeit kaufen, um zu gehen. Ich glaube in dich. Du kannst das machen. Oh. Und seine Gedanken werden dir. Du bist die Blase der Frontier. Sie sind durch die Wäste der Avernus. Just ahead, ein diabolical figure. Red skin, single curled horn. Blazes with flame. Bloodied Great Axe Hell. Hell's great fires. Du bist auf dem Land. Wir gehen auf dem Land. Ja, soll jemanden kommen? Den könnte er sein Dank. Ich kann jeden Freund gut gebrauchen. Ja. 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 Ich bin ja. Du bist die. Ja. pitches. Du sieht sie. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. Dzymens Advocator, oder ein diabolischer? In der Blutwarte, zwischen diabolischen Forderungen, und dämöer. Davocatus Diaboli? Ist es gefährlich, in der Hölle nach Jagd zu gehen? Oder ein ein Avokates Teufels glaubt, der es in den Blutkrieg nach Verlagerung bringen wird. Wir sollen zusammen schließen. Ich helfe euch dabei, diese Teufel in die Höhlen zu treiben. Okay, man lange erwartet darauf nicht. Du bist kinder, ich muss so lernen lernen. Oh, ich habe immer noch so ein Gespräch bezogen, sorry. Alles gut, ist eh wahrscheinlich nur nicht so ein wichtiger. 1 plus 1 Ist das dann, benutzt das dann ein von meinen Dingern? Detectsorts? Vermutlich. Ich stehe nicht dabei, nur die Würfel. Ich habe eine verborgene Luke gefunden. Luke Skywalker? Ich habe nur ein Junge. Und ich habe einfach... Ich habe einfach... Ich habe einfach... Ich habe den Wagen verloren, während der Wagen der Höhlen hat. Ich habe ihn ausgesucht. Ich habe nie wieder. Deine, mein Paar. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, ich glaub nicht. Hingegen athletisch, du hast nicht sonderlich viel Stärke. Athletisch ist auf Stärke, ja, ich seh's. Ja, so, da wird nix. Ich werd keine Inspiration dafür ausgeben, ich glaub das ist nicht wichtig genug. Alright, step, step, strike! Let's get! Ähm... Vielleicht kann ich nochmal mit dem Reden und kann die Stärke-Option nehmen. Ich... Hab da hab ich 5 Punkte drauf. Ja, lass mich Ruhe! Ja, ich kann ihn noch mal... Swing! Parry! Strike! Ah! Damn, damn, damn! Ja, leider nicht. Ein Gold. Fackel. Und fackeln! Kartoffeln! 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 Am Buch! Karotten! Gurken! Und noch mehr Kartoffeln! Auf alle Bücher auf jeden Fall schon mal reden, weil ich ja weiß, independent hier war das ja auch so... Die fack ja nimmer mit! Das verkauft man nicht! Das ist einfach fit! Wer seid ihr? Zorro! Okay, mit Zorro sollte... Das ist der wichtige, der Zorro, ja. Sollte Hannes reden... Und mit Framas... Die... Dann rede ich mal mit Zorro! Genau, machen wir erstmal das! Okay! He! He! Ahja! Was war's? Hallo? Kann noch zweimal anklicken oder so! Das hier nicht? Ah, ich glaube wir brauchen dafür die Olde, aber das ist ja auch doof, oder? He! Ja! Na, sehen wir mit ihm sprechen wollen, ja. Geht ja nicht, wenn wir zu viel spielen! He! Ja! Hast ein bisschen unbedacht! Oder müssen wir erstmal mit ihr im Lager reden? Weil die wollte ja, dass wir mit ihr eben reden. Ja, aber wenn sie dabei ist halt, dass sie ihn interrogaten kann. Ja, aber vielleicht kommt's ja dann... Vielleicht triggert es ja was, wenn wir mit ihr reden, dass er dann trotzdem mitkommt zu ihm. Naja... Die will ja, dass wir mit ihr reden, wenn sie im Lager ist. Ich geh mal zum Lager und ich probier's mal. Ja, geh mal zum Lager. Ich bin jetzt hier in der Wildnis, seh ich. Ahja. Kommt in meine Gruppe. Ich verstehe viel über deine Verständnis. Mehr zu dem Punkt. Ich weiß die Kür für unsere Kondition. Es ist wichtig, dass wir einen Kresch befinden. Du machst es gut, um mehr zu sehen und weniger zu fragen. Also, die sind hier auf den Keks, ne? Ja. Ja. Du hast keine Raum. Dismiss deine... Ja, okay. Ja, diese Questreihe geht anscheinend nicht mehr weiter. Ja. 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 Das macht man nicht ganz cool. Ich nehme eine Schwisse. Wobei das hier auch gut ist. Aber ich muss mich genauer Pumper ändern. Ich nehme eine Schwisse. Ich nehme eine Schwisse. Wobei das hier auch gut ist. Aber ich muss mich genauer Pumper ändern. Wir haben zu Hause. Ich nehme zwei Kuchen. Das einzige, die wir nach dem Band von Baldur zu geben, ist, dass wir rücken. Und rücken hart. Aha. Das ist schon wichtig. Äh, cool. Ich will meine Forge, zu drücken. Ich habe keine Schwisse. Vielleicht sollten wir mal mit den Ruinen reden. Und hier ist dieser Höhleneingang, keine Ahnung was da ist. Einen Moment, Roland labert mich noch voll. Hier ist eine kaputte Laute. Also du wirst nicht kaputt hören, aber hier ist eine kaputte Laute. Okay, ist jetzt eine leise? Keine Ahnung. Ich würde... Das ist halt Druiden-Stuff, ich bin kein Druide. Ich weiß noch, bei meinem letzten Playform hatte ich einen Druiden-Tiefling gespielt. Das war eine sehr interessante Situation hier. Wo, 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 wo seid ihr eigentlich schnett? Die Sonne da oben. Hä? Wir reden mit den Druiden gleich. Uiida. Ich glaube, ich renne zu euch. Kein Moment, ich bin noch in der Animation. Ich glaube, wir reden mit den Druiden-Tiefling-Tiefling-Tiefling-Tiefling-Tiefling. Ich habe nur ganz gerne vor. Ich glaube, mein Paladin würde nur sagen, ich verbrügele euch gleich. Ich würde sagen, ein Mensch, der sich einen Bären verfallet, da habe ich Sympathien, da habe ich Anknüpfpunkte. Hallo. Hallo. Obwohl ich rede. Gut. Warte, kein bisschen. Okay, verstehe. Ja, ich rede mit Bärlauch und Stabfrau. Ja, toll. Ja. Komm, Magran. Gib ihm eine Chance. Du, stepp zurück. Gib ihm eine Chance. Verfüß dich. Ich bin nur alles. Boah. Das wird einfach der wahren Weg. Ja. Ich bin nicht loken, kannst du es? Reizer schlauer und einfach mein Familie. Aber, na, 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 na. Das ist schon wieder so ein bisschen mocking. Ja, ich mach mal drei. Ich bin nicht loken, kannst du es? Ich bin nicht loken, kannst du es? Nein. Und du find' trouble all the same, unless you get out of my sight. A moment, Giona. Was? Oh. I understand. You? Apparently, Corga wants to see you. Go ahead. That. Luder. Wo wird er denn? Da ist nur Notiz, warte, da steht bestimmt wieder ein Geheimnis drauf. das ist ja schon auch das Gewinn ist Ololol Ah, da ist Volo von Volo's Guide of Monsters und Boss Sieht die Neumwelt, mit dem wir reden wollen? Das ist ein VIP Inwe, Tahan, Edwin, Tariq Die ist, glaube ich, in der Hütte, da steht Kaga Die Hütte ist da oben, also dran vorbei Genau Da ist ein Wildschwein, hallo Wildschwein Warte mal, ich will mal direkt testen Du warst auch mit den Bären gefregen, glaube ich, weißt du wieder Ich will das Gespräch mit dem Wildschirm hören Mensch, scheiße Gut Ich glaube, der möchte Oh, das ist ein Teleporter Das sollten wir auch vielleicht mal mit irgendwie ein bisschen klarer Da ist Rath Ah, da ist Kaga Oh Oh Dostoy Dosen Und Und ich werde jeden und hergerissen. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern. Ich wollte nicht sagen, du kannst gleich mit der Schlange sprechen. Ja, bei dir macht das mehr Sinn. Willst du den Bonus benutzen? Ich sehe es auch nicht. Ich sehe es auch nicht. Schau, du hast Würfel. Ja. Er ist rolling, da ist. Halleluja, er ist rolling. Das Kino oder das? Keine Ahnung. Wir sehen es nicht. Eindruck... weiß ich wie viel chaos machst du er steht ja damit plus 1 sehr gut wieso seht ihr es nicht ich sehe das bei euch wieso nicht wir sehen es ja auch sie 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 Zips, Zips. Das ist ein scheudername. So. Müsst du mit Kaga reden, Son? Juhu. Kaga, das war Attacke. Wann läuft mir eigentlich meine... ...Rot? Weil du in einem schwierigen Gelände stehst. Ah. Das wäre meine Antwort. Mhm. Ja, du... Ja... Ja... Nee, das ist gemein, das zweite ist... Ja... Ja, du würdest so sagen. Ich weiß, du bist kind. Du siehst nur Villen und Fiktoren. Ein Viper bärst ihre Fange, schlägt ihre Brüte. Ich nenne sie Mutter, du nenne sie Monster. Kein Problem. Ich zurückgebrachte die Idol von Sylvanas und die Rechte hat geschlossen. Und... Wir werden die Gräufe, frei von Schmerzen. Frei von Intrudern. Das ist nicht so. Das weiß ich nicht. Ja, du. Ich muss nicht... Ich muss nicht mehr schlagen. Ich muss auch nicht mehr schlagen. Du hast das große Metall gezeigt. Die Metall ist nicht mehr schlägt. Ich möchte euch, die Service zu prägen. Ich will euch, die Service zu helfen. Ich will euch, die Service zu helfen. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. You do more than speak. This tale ends but one way. With the outlander rot cleansed and the grove forever shrouded. Welches Level seitdem? Okay, 5 mit 65 HP. Nee. Nee. Da muss was ein Bild tun. Ich hab auch ein Blackstrain. So. Richtig nicht. What? Selbst in this Cape Druck passiert nix. Ah, jetzt. Ich hab meine Plakette angeklickt. Das hat euch anscheinend rausgezogen. Nichts, ich hab'S auch gleich nach den Korn. Oh, oh. Ich hab' den Teflater. Stopp! Ich hab' den Teflater, die sind doch nicht passiert. Nbehind. Nbehind ich. Und. Wir geh' den Teflater. da warte ich ja auch bis hier wieder da soll ich rede noch mal kurz mit den anderen das snake is fickle a tragedy prevented nothing befitting a child nothing befitting any of our worlds creatures we've let a snake replace our leader she will see the tieflings driven out or worse ja ich will wissen wundet sie ist das ist ein zuckenden kochst bei mir in der animatoren bei dir auch ja ich glaube das soll einmal zu sein das ist ganz gut auf die tieflinge haben wir einen bären unterwegs getötet glaube ich nicht ne da ist ja alles gut ok also gehen wir den suchen können wir machen und tobi du kannst nochmal mit dem zuiden bären reden wie es dem geht ich klicke die plakette noch mal mit silva habe ich schon geredet er will nix von mir ne ich mein haggen hier draußen im haggen und boss kannst du fragen das war help ungewöhnlich für so eine territoriale gruppe interesting hier ist ein bisschen lore drops da drin ist nettle soll ich erstmal mit nettle reden oder wollen wir erst rausgehen ich meine das ist die die uns heilen soll das ist glaube ich die ne also dann lass mit dir reden ich muss wieder rein ja ich warte bis ihr da seid und nehmen so lange alles was ich als klein fehlt ok na alle da war sie ich sehe das gibt mir moment ja helfe eigentlich ist das schlimmste zu und alle beim arzt der grad was tut zu sagen hey kann ich dich äh hilfe hilfe der ist hat die frage du helfen deswegen ich glaube wir warten lieber einfach oder wie das parlor dienstag warten ihr habt zu wenig ahnung davon eine minimum und raus bist du ok das war ok das hat wahrscheinlich keinen unterschied gemacht oh 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 wo Ein Mindflayer-Tadpole? Das wär so fessig, so... Danke! Frosch! Ja, ich... Das ist... eine seriöse Kondition. Komm, folge mich. Ich könnte mich helfen. Wir müssen schnell sein. Diesen Weg! Und jetzt ist da irgendwie eine Kamera, wo ein Sprick drin hängt oder so. Ja. Ja, für euch. Komm, wie ist die Mauer wieder zu? Ja, wenn wir auch. Ja, ich hoffe auch für eine etwas weniger Gewalt-Same. Hörst du eine Pfanne raus, Bonk? Ähm... Ähm... Ich mache das Beste, was ich kann. Ich bin kein Master Hals in mir. Ich hätte deinen Tadpole raus können, wie das. Ähm... Still... Wir haben Möglichkeiten. Du musst hier nicht sein, für das. Alles klar? Wir schauen uns, was wir machen können. Danke, Adrian. Natürlich. Jetzt, erzähl mir, was ist passiert. Ein Symptom? Ein Wunderbar? Ja, ich glaube das erste ist das wichtigere. I can match my mind with anyone else that's infected. Mit Gefahren... Ich will die Zuh. Ich bin kein Schwach. Ich bin ja nicht in der Zuh. Ich bin ja auch... Ich bin ja nicht in der Zuh. Ich bin ja auch sicher, dass ich mir eigentlich habe... Und... Ich bin ja auch sicher... Nichts mit was passiert. Ich bin ja auch... Und wenn ich dich... If you transform here, we're all dead, but you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Ah, thank you. This is a vial of Wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Yeah, what's that for? Cool. I don't believe I can. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your words or not? I... We have... I hear you, Jule. They were tracking them. Studying. They had to pick around. What the hell was going on? I think the Tür is kaputt. There should be a small army of mindflayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Off a sair. I want to just stand out very dramatic. Let's see. Oh, well, I can't. For sure. You've learned something from... Oh, yeah. Die Mindflayer werden von jemandem mit einem Parasite verabschiedet verabschiedet. 7 grossen Tage später, die Victim transformiert und eine neue Mindflayer ist. Die Sache in deinem Skull, doch? Es ist anders als alles in unseren Rekord. Es ist eine von ihren Worms, für sicher. Aber diese hat dir die Macht. Telepathic Connections. Und es hat dich nicht in einen von ihnen. Noch nicht, trotzdem. Gute Nachricht. Aber es ist etwas, was wir nicht wissen. Infected. Leute wie dich, haben sich auf ein altes Tempel von Saloona geblieben. Und ich habe keine Ahnung, warum. Als Master Halston gehört, die Erwanderer zu gehen, sah er eine Chance, die Antworten zu bekommen. Die Nachricht. Das war's. Ja. Das war's. Du denkst, dass er da ist? Oder was ich? Ja. Das war's. Ich habe ihn geöffnet. Aber das ist roten mit goblinden. Kein von uns kann nicht sogar ganz nahe. Du bist doch. Du bist einer von ihnen. Technisch sprach. Ich meine. Sie würden jemanden töten, die ihre Parasite tragen. Ich bin kein Problem. Wenn du Halson findest und ihn rauskriegst, können wir herausfinden, was er gelernt hat. Und vielleicht kann er dein Leben retten. Wie ist das so? Nein, ich gehe wieder. Nein, gut. Ja, wir suchen Heli-Bili. Okay. Okay, wenn wir alle verrecken und zu Mindplayern werden, dann bringt mich Herr den Arm. Okay. So. Ich bin noch zwei Jahre alt, der ja noch unterwegs. Ich wollte jetzt ein Technik, ihr habt durchgeschwollen, ne. Also, ich glaube, wir sollten los. oder muss los ja ja tschüss die menschen in der höhlder ihr statisten ihr statisten kannst du mit dem hier noch reden wird mit marke oder cool wasser dialog just a moment this man is recording my story i am far from home das ist der spider-man-plot far from home his brow furrows incomprehensible squiggles around a crude sketch a bear disemboweling a clutch of tieflings hier ist noch ein vogel mit dem du reden kannst mein dessen gewalt kennt keine grenzen nun von mir aus wohl wohl aber ihr wollt schon mal den typen nicht so gut schweiz erster distinguishing qualities die zählte schon mal sechs sass verliebe kohlen verheiratet details abgoblen der hektier Ja klar, er ist gut. Wie sie es da aus der Welt Werden einen Arsch schreten Ich bin für die zwei. Das ist so hart. Das wäre gut. Ja, hat er einen Punkt. Muss ich ehrlich sein, hat er einen Punkt. Falls du mit dem Vogel reden willst, Tobi, hier ist auch ein Vogel. Das ist, glaube ich, der gerade gerettet wurde. Ah, hier ist der Bär. Hier ist mal ein anderer. Oh, das tut gut. Den habe ich auch nicht gehört. Das ist bei Flibiosar. Ssh, ich bin konzentriert. Ist das gut? Ist die Kugel in der Mitte? Ja. Ja. Ja, du bist richtig. Das ist es. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Deswegen habe ich so gern meinen Druiden gespielt, weil ich mit jedem Scheiß hier reden konnte. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Was ist das? Ich bin glücklich. Das ist der Zeit. der falsche lever dann suchen wir mal den typen das war der richtige weg das stimmt ich bin koffein wie du angeswagert kommst das kreuzige das ist ja 9 krepp treten ne ich bin hier wohl nicht gewonnen die 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 sie die 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 Ich bin ja kein Charisma... Äh... Ja, wir müssen dir, Luxemburg ist gleich so zum gebracht, eindeutig. Haha... Hör ab, Eichern, das ist wegen echt nicht dazu. Also, ich glaub, mit Dark Earthquist würdest du Eichernchen einfach essen. Ja... Hä? Hä? Komm, ich will mal auf Eichern stellen. Achso. Fuck. Was soll das? What the fuck? Oh, wie... Ja, der war da halt einfach, ich hab den nicht gesehen. Plötzlich bei dem Kampf. Wieso bist du dahinter? Ja, gut, ich bin nicht dran. Geh mal kurz weg, Eichernchen. Du bist dran, hm? Ich kann aber nichts machen. Ich auch nicht. Ne. Er ist doch dran, sein Name ist doch noch... Äh, äh... Ich kann trotzdem nicht machen. Nein. So, Fabis. Ach so, da, ja. jetzt hängen sie an. Das ist der Wollfall nach unten. Das ist das Problem. Wo ist denn eine Krabbe hin? Ich geh mal. Ähm... Ich bin High-Ground-Fan. Ich bin Master of High-Ground. Du kannst anfangen, den Fels hier hochzuklettern. Ja. Und jetzt zu dem wichtigsten Punkt. Das sieht nicht gut aus. Ich kann dich gleich heilen. Ich muss aber in meiner Nähe bleiben. Ich muss dich anfassen dafür. Ja. 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 Okay... Ich könnte... Arby heilen. Aber machst du das? Mach ich auch gerade. Okay, dann mach du. Ich bin ja auch nur 6 bei mir zurück. Wie viele hast du? hier bis 11 schade ich kann ja nicht die Klippe runterschmeißen warte ich genau ich hätte noch hier Thunderwave damit könnte ich den vielleicht runterschmeißen versuche es das kostet mich aber einen so ein Ding ne aber müsste Healing auch mal gucken hier mach mal Thunderwave ne ja äh oh Gott ist die ist das komisch das Aim muss der innerhalb der beiden blauen Linien sein keine Ahnung äh oder so ich glaube so kannst du es mal speichern weil diese Anzeige ist absolut fiddly okay ich hab ihn jetzt innerhalb der blauen da sind zwei Kegel okay gut dass wir den Rettungshof geschafft haben als er geschafft wurde genau gut der Kegelte da auf jeden Fall Schaden bekommen der einzige Nachteil daran dass das kein Loot bringt aber es doch ist das muss ich nur finden äh ich kann einmal ein Song of Rest machen den gibt einer ein Short Rest das wäre schon mal ne kurze Heilung oder ja ja und hier ist ne Tote ok immer Song of Rest oh ne ich hab den Wolf aufgelöst mich hier oben wieder zu beschweren aber ich wusste nicht dass wir da jetzt noch ein Rast brauchen um das nochmal zu machen da ist ein Drache blöd da soll ich doch mal fegen ja ich okay ich bin grad oh rache 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 sehr gut ich muss echt sagen auch wenn das simpler ist ich mag das DSA System mit drei Würfeln mehr es fühlt sich belohnen an weil das fühlt sich wirklich mehr nach ey wenn du hier einmal schlecht würfelst hast verkackt aber mit DSA kannst du viel mehr ausgleichen wenn du schlecht würfelst du hast aber doch mehr die Source zu verkacken du hast aber doch mehr die Source zu verkacken naja die es ist immer 5% ne 20 zu würfeln die Chance wird nicht höher ja du kannst halt mehr ja vielleicht ist das auch alles Placeboeffekt ok äh Sounds of Song of Rest hab ich gemacht und du hast dich nicht geheilt komischerweise ok vielleicht weil ich da oben bin mhm ne ich meine ich Fabi direkt neben mir ja ja Fabi gibt dir einen Freitank ich kann auch noch healen also ich muss eh um wieder den Bekleider zu rufen müsste ich eh eine Rast machen das nicht ich kann dir nur links nach rechts überlegen hier liegt jemand wenn wer looten möchte ne das tut schein mal was ist mit einer die scroll of featherfall die lass ich mal drin weil die kann ja äh Philosophie Buch und irgendwas über so hier Zauberin da ist ne Skreu drin gut Folge Ben würde ich sagen jo danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bis dann tschüss tschüss tschau tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020